Aber wir sind mit unserer Stretch-Limo, mussten wir schon in der Seitenstraße fahren. Ich weiß, ich bin mit dem Hubschrauber da vorne gelandet. Ach so, Mann, ist die cool. Tschüss, viel Spaß. Ich freue mich jetzt auf Konzert, jetzt geht's los und ich gehe rein und suche jetzt mal meinen Eingang. Ich glaube, der war, wie hat Vera noch gesagt, da hinten um die Ecke und dann rechts. Aber kennt Vera tatsächlich den VIP-Eingang? Der ist nämlich hinten rum und links. Ich habe mich jetzt hier etwas eher aus dem Konzert rausgeschlichen, gleich ist zu Ende. Music läuft noch drin und ich will hier gleich ein bisschen wissen, wie hat es den Leuten gefallen irgendwie. Ich will wissen, wie war das Konzert. Supergeil! 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 Es waren die Tänzer bereits zu den Proben, gemeinsam mit Madonna in die Halle. Auf der anderen Seite, es gibt immer den Faktor Mensch. Der Mensch ist keine Maschine, auch eine Madonna ist keine Maschine, glücklicherweise nicht. Wie verhält sie sich an so einem Tag vor so einem großen Konzert? Wie verbringt sie den Tag? Wir sind in Berlin. Wird sie zum Beispiel die Stadt besichert?